ja leute herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar das zweite video zur strategie steht an das erste video seht ihr hier das könnt ihr euch ruhig noch mal angucken das war echt wirklich informativ und ich hoffe das bringt euch auch weiter und ja falls ihr den kanal noch nicht abonniert habt könnt ihr das immer hier machen oder ihr klickt unter dem video auf den roten button dann bleibt er halt immer auf dem laufenden und ja wisst halt immer wenn neue videos kommen würde ich mich auf jeden fall darüber freuen und heute gibt es wie gesagt das zweite video zur strategie genau denn es gibt zwei arten von strategien wie man oft diese die oder wie man generell t shirts verkaufen kann ja das erste ist dieses video über die skalierbaren konzepte das ist die champions league kann man sagen das ist das schwere aber damit lässt sich auch am meisten geld verdienen das ist wenn ihr ein konzept habt das funktioniert dann müsst ihr dort bloß ein wort austauschen können das auf eine andere nische anwenden dann gibt es die zweite art ja die zweite strategie die auch sehr effektiv ist die ich nur zeitlang gemacht habe und die ein bisschen einfacher ist aber die mehr zeit benötigt das erst mal vorweg und zwar wenn wir zum beispiel mal auf den teaser die marketplace gehen das ist eine strategie die ist vor allem in den berufen ansässig ja weil auf hobbys ist es sehr schwer anzuwenden also klar hobbys kann man auch machen man kann es generell auf alles anwenden aber es benötigt hat sehr viel recherche das heißt sehr viel zeit um einfach ja das ganze herauszufinden also in der strategie geht es eigentlich darum dass ihr euch eine nische rauspickt zum beispiel wie hier den land wird ja und der spruch ist ja manche spielten in ihrer kindheit mit traktoren die glücklichen tun es immer noch ja das heißt das ist ein konzept das kann man nur auf den landwirt auch anwenden ja das hat aber so viel exklusivität dass der landwirt sich darüber freut und dass der das kauft ja also zum beispiel hier sieht man 1067 verkaufte sachen das ist krass ja 1067 das ist ein winner definitiv und in diesen konzepten geht es halt darum du findest heraus was macht dem landwirt zu stolz ja worauf ist er stolz oder was worüber lacht der landwirt ja das ist sehr viel das ist das hat sehr viel mit marktanalyse zu tun da muss man dann halt wirklich reingehen in die zielgruppe muss ich die menschen direkt bei facebook angucken was haben die geliked in welchen gruppen sind die drin und so weiter und so fort aber letztendlich findet ihr eine sache zum beispiel die die landwirte stehen auf traktoren und dann kann man das zum beispiel mit manche spielten in ihrer kindheit mit traktoren verbinden ja und dass das ergibt so ein geiles design dass es so exklusiv für den landwirt ist dass der sich einfach so krass darüber dass der so krass darüber lacht ja dieser lol effekt und gleichzeitig so den den stolz effekt auch mit gewöhnt mit geweckt weil da steht ja auch die glücklichen tun es immer noch ergibt einfach viele verkäufe aber wenn ihr jetzt mal ehrlich seid dieses konzept könnt ihr so schwer auf eine andere nische anwenden ja weil es gibt keine andere nische wo mit traktoren gespielt wird oder so als heißt da bringt euch das nicht wenn ihr zwei drei wörter austauscht sondern ihr müsstet das ganze ganze konzept abwandeln ja und deshalb ist es halt nicht skalierbar aber dieses konzept ist halt so gut weil es so exklusiv auf diesem beruf ist dass es einfach verkäufe bringt und das halt die zweite strategie man geht halt daher sucht sich markt analysiert den so krass wie es geht ja also man muss es nicht auf krampf richtig hart machen aber muss zumindest seine zielgruppe verstehen worauf steht die was like die wie tickt die und dann könnt ihr dafür design zerstellen ja und für solche designs macht man meistens auch eine extra fanpage das macht man bei skalierbaren designs nicht das heißt hierfür braucht ihr wie gesagt eine extra fanpage und das geht halt wirklich auf in berufen geht super das geht auch auf fußball auf alles das heißt zum beispiel bei der lehrerin ist es so ich denke oft daran die schule zu schwänzen doch dann fällt mir ein dass ich die lehrerin bin ja das ist auch ein exklusiver loll spruch der die loll emotionen weckt nur auf die lehrer und das hat sich auch super verkauft wie man hier sieht 481 mal und das ist halt auch eine art ja da hat jemand sich hingesetzt und hat die lehrer analysiert auf was stehen die ja und hat sich targets rausgesucht hat geguckt okay wie wie targetiert man sowas was was finde ich vielleicht gut ja welche art von sprüche und so weiter und so fort und dann hat er nur für lehrer so einen spruch hergestellt das gleiche gilt natürlich ja für diesen spruch für den notruf vorsichtig oder ich werde dich nackt sehen ja ich weiß jetzt nicht wie viele verkäufe der hat aber es geht auch einfach nur darum extra für notärzte sowas hergestellt ja oder rettungssanitäter je nachdem auf was der targetiert hat aber auch das sehr exklusiv ja das hat wie gesagt diese zweite strategie dass man wirklich auf eine bestimmte sache man pickt sich markt draußen analysiert den und dann macht man nur für den markten design so jetzt zeige ich euch ein design von mir was ich gemacht habe ja das ist noch vom anfang ich finde es nicht sonderlich schön aber es ist einfach und es hat sich sieben mal verkauft und das ist zum beispiel nur auf hebammen damals gewesen ja mittlerweile verkaufe ich nicht mehr an hebammen aber das war wirklich nur für hebammen er tolle hebammen haben glückliche kinder so ich habe mir genau ich habe geguckt okay auf was stehen hebammen eigentlich ja oder was kann man mit hebammen verbinden und die mögen es halt total wenn du die eigenen kinder mit ins boot holst und das habe ich ja gemacht mit einem sehr easy design aber es war halt einfach so exklusiv auf diese zielgruppe dass sie es gekauft haben und das könnt ihr wie gesagt mit allen berufen machen da gibt es so viele möglichkeiten wie man das ganze ausnutzen kann ja zum beispiel hier gibt es immer wieder sachen die man sich daraus picken kann zum beispiel auch das ist sehr exklusiv auf den land wird ja das ist einfach genial logisch ja also man das verkauft sich halt auch ja weil es wie gesagt sehr exklusiv ist aber dafür braucht man halt auch ein bisschen zeit bei der analyse aber wenn man gutes design hat dann verkauft sich das auch sehr gut ja und das ist halt diese zweite strategie die ist halt ein bisschen einfacher kann man sagen weil die andere art von sprüchen ist halt doch schon sehr schwer zu finden aber so einfach ist es dann auch nicht weil natürlich auch viel konkurrenz hast auch das gibt es zum beispiel ich glaube auch mal gucken ob das auch so ein t shirt ist die meisten menschen rufen mich mit nee okay das ist nicht exklusiv aufpasst kannst du auch auf anderen lischen anwenden aber ihr seht es ja es gibt wie gesagt sehr sehr viel zum beispiel hier auch was mit der pflegerin ja ausgebildet um eine pflegerin zu sein verrückt genug um es zu lieben okay das wäre wieder skalierbar aber ja man kann es halt auf jede frau anwenden deshalb ist es skalierbar aber hier ist glaube ich noch was okay das ist auch das kann aus skalieren also ihr seht es ist beides mit drin aber ich bin noch gerade am überlegen ob ich euch noch irgendwann zeigen kann aber ihr versteht ungefähr was ich meine also das ist einfach da ist dann wirklich ein bisschen ein bisschen ein bisschen marktanalyse gefragt ach hier zum beispiel ich schnarche nicht ich träume dass ich ein lkw bin ist auch exklusiv für lkw fahrer wird so auf eine andere nische nicht anwendbar sein aber sowas ist halt cool und dafür muss man halt wirklich analysieren und dann verkauft man halt nur an die zielgruppe kannst du halt nicht auf andere skalieren aber wenn du glück hast ja kauft die zielgruppe die halt auch alles ab ne logisch also hier gibt es auf jeden fall viel ich hoffe ich konnte euch die strategie ein bisschen näher bringen das ist auch die strategie die ich vor allem nutze und wo ich halt auch denke dass das für den anfang vielleicht ein tick einfacher ist als wirklich auf skalierbare konzepte zu gehen man muss halt immer selbst wissen ja also ich habe damit angefangen habe da eine gute erfahrungen gemacht und das ist wirklich eine coole strategie um auch wenig verkäufe zu bekommen weil auch wenig verkäufe macht letztendlich geld und ja das ist ja die zweite strategie gewesen ich hoffe euch hat es gefallen gibt einen daumen hoch und schreibt mir gerne mal in die kommentare auf welche strategie ihr setzt setzt ihr auf skalierbare konzepte oder geht jedoch eher in den markt rein und verkauft nur an diese zielgruppe schreibt es nur ruhig mal in die kommentare würde mich mal interessieren und dann würde ich sagen leute wir sehen uns im nächsten video wieder ciao